Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX Analyse für nun Donnerstag, den 14.10.2021 und wir befinden uns noch immer in der Verfallswoche, in der kleinen Verfallswoche zum Freitag verfallen im DAX kleine Terminprodukte, also keine Futures, Optionen auf den DAX und auf DAX Aktien und unser DAX hat sich von seinem Sprungbrett, das wir aus den letzten Tagen schon kennen, auch zum Mittwoch so was von gut nach oben raus beschleunigt, genau von der 15.1.10. Also wenn wir uns das Video von gestern noch mal anhören würden, ich habe es mir jetzt nicht noch mal angehört, aber ich erzähle ja eigentlich jeden Tag, jeden Wochentag immer wieder das Gleiche, dann haben wir bestimmt gesagt, dass wenn er gleich früh 9.39 irgendwie auf die 15.1.10 sich stellt und dann wie ein Euro hoch über 15.1.80 rennt, dass er dann bestimmt in die 15.2.70 reingehen kann und wenn ich jetzt hier so drauf gucke, dann eben bestimmt auch bis 15.3.50 oder sagen wir mal 15.3.30 und 14.4.35 weitergehen kann. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass wir sowas mit drin hatten und dass wir die Stärke dann eben auch beachten sollten zum Mittwoch, wenn er oben rausarbeitet. Warum? Weil wir ja schon zum Dienstag gesagt haben, wenn er sich am Vormittag im Sprungbrett nach oben rauszieht, dass er dann durchaus eben so eine Aufwärtswelle hier noch mal lostreten kann und die bis in den Donnerstag in die Erholung reingeben kann. So und da sind wir jetzt schon fast fortgeschritten und auch fast schon da. Es sieht noch ein bisschen kurz aus, muss man so sagen. Also würde ich jetzt zum Mittwoch, nee halt, wartet, ich kriege es schon, es tut mir leid, aber muss doch gucken. Also zum Donnerstag, ja, der jetzt anstehende Donnerstag, sollte er zum Donnerstag jetzt hier eben weiter oben rausarbeiten und auch über der 2.80, 2.70 hier weitergehen, würde ich dann die oberen Ziele weiter im Blick halten. Das ist die 3.30, 3.50, das ist aber insbesondere eben auch die 4.35, 4.50 hier oben. Und ich bin immer kein Freund davon, meine Pfeile einzupassen. Also da bin ich schon selber immer so, dass ich mir fast am liebsten auf die Finger hauen würde, wenn ich auch noch auf die Idee komme, meine Pfeile anzupassen. Aber ich würde den ganz gerne hier so anpassen wollen. Weil das ist da oben, ihr seht, da kommt ein kleidender Durchschnitt angeschlichen. Ihr seht, da liegt eine alte wichtige Trendlinie. Wir hatten gesagt, dass da ein wichtiges Projektionsziel ist. Wir haben ein größeres Top-Links daneben stehen. Wir haben, wenn wir mal ganz genau hingucken, so kann ISKS hier drin stehen, die mit der Nackenlinie hier. Ziel würde da natürlich eher, muss man so sagen, Ziel würde natürlich eher ein bisschen Richtung 5.50 zeigen. Aber mal schauen, also bis jetzt, ich habe mich, wenn ich Pfeile verziehe, ärgere ich mich oft, muss ich dazu sagen, ärgere ich mich wirklich oft, dass ich es getan habe, weil in der Regel dann sehr, sehr, sehr häufig dann doch das angelaufen wird, was vorher mal eingezeichnet war. Aber dafür ist mir jetzt die 4.35, 4.50 hier zu wichtig, um das außer Acht zu lassen. Also sollte der auch zum Donnerstag oben rausballern, ich würde ihm noch den Platz geben, da ein bisschen was zu holen. Das kann auch bis den Nachmittag noch reingehen und dann wird ich mit den Amerikanern, bin ich momentan ganz ehrlich gesagt, ein bisschen irritiert. Die sind brutals zurückgehalten. Ich weiß nicht, auf was die warten, ob sie bloß wollen, dass ihnen der Markt hochgekauft wird, damit sie ihn richtig versenken können. Ich weiß nicht, was die im Schilde führen. Aber da war schon jetzt zum Mittwoch nicht viel Bewegung, davor zum Dienstag nicht viel Bewegung. Ich meine, gut, Montag war da, glaube ich, ein Bankfeiertag. Aber das ist schon ganz schön mau, was wir jetzt immer von den Amerikanern am Nachmittag gesehen haben. Also so ein auf der Stelle rumgestehe, weiß nicht, da wer zuerst blinzelt, der fällt tot um oder keine Ahnung, was die spielen. Aber die Bewegung, die kam tatsächlich eigentlich immer aus dem europäischen Handel recht früh. Das ist Fakt. Wir haben fast immer jetzt schon 11.30 Uhr, 11.15 Uhr rum, ein mögliches Tageshoch fast schon erreicht und sind dann eher nur noch zur Seite rumgeschoben. Also würde ich mich zum Donnerstag, wenn der zum Donnerstag wieder oben rausballert, ich würde genau hingucken, wie die Amerikaner reinkommen. Wenn die nämlich jetzt anfangen zu sagen, na gut, jetzt haben wir uns das zwei Tage lang angeguckt, wie die Idioten das hochgekauft haben, jetzt treten wir hier das ganze Scheiße wieder runter, dann treten die die ganze Scheiße wieder runter. Das sind halt die Amerikaner. Und da habe ich ein bisschen Respekt vor und da würde ich auch aufpassen für den Fall der Fälle. Der sollte wirklich das Niveau zum Donnerstag hier oben erreichen und wirklich gut durchziehen, dass man da dann nicht zu euphorisch und 16.000 und so wird und allzeit hoch und so weiter, sondern da wirklich ein bisschen aufpasst, nicht, dass ich das einfach wieder versenke. Weil wenn ich es zum Donnerstag versenke, glaube ich, kommt er auch zum Freitag noch ein Stückchen weiter zurück dann. Ja, das soweit meine Erwartungshaltung auf der Oberseite. Unten muss ich ganz ehrlich sagen, wüsste ich gar nicht, wie er sich bewegen soll, damit es irgendwie Sinn ergibt. Oder dass es harmonisch aussieht. Und oft sieht es harmonisch aus. Aber ich würde fast denken, das Einzige, was ihm unten raus so richtig über... Wir haben hier eine Unterstützung bei 15.1.80.200. Ja, ich weiß. Die kann grundsätzlich nach oben reagieren. Aber das passt mir irgendwann nicht ins Bild. Ich weiß es auch nicht. Der hier jetzt runterkommt, was soll denn das dann werden halt? Also was soll dann folgen, wenn der hier nach oben dreht? Ich müsste er dann noch da hoch. Nee, weiß nicht. Das sieht komisch aus. Also von daher würde ich sagen, wenn er zum Donnerstag uns wirklich nach unten absegelt, dann glaube ich, wird er an der 15.1.80.500.200 reagieren. Aber ich glaube, der wird das nicht nachhaltig wieder umgedreht kriegen, sondern dann wieder bis zur 15.1.10 runterfallen. Wieder bis aufs Sprungbrett drauf. 15.1.10.15.70, das ist unser Sprungbrett. Ich würde denken, dass er wieder hier drauf draufsetzt, dann ein bisschen stabilisiert und auch hier dann so ein bisschen hin und her springt, dass er sein typisches Donnerstag seitwärts hin und her liefert und dann vielleicht passend zu der ISKS hier noch eine richtige SKS reinstellt. Das fände ich, das fände ich Charttechnisch sehr, sehr interessant und reizvoll. Und das würde dann auch wieder passend aussehen. Das würde plausibel wirken. Ja, ansonsten wüsste ich nicht, was unten draus werden soll. Wie gesagt, habe ich glaube, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt. Also wir nehmen zur Kenntnis. Unten ist die 15.1.80 wichtig. 15.200, 15.1.80, dass es sich und die 15.100 bleibt. Das sind die wichtigen Anlaufpunkte, wenn er sich schwach zeigt. Ich könnte mir vorstellen, wenn er sich wirklich schwach zeigt, dass er halt auch richtig übertreibt unten, dass er auch bis in die 15.1.10 durchaus nochmal runtergeht, Schwung holt und dann aber von dort auch zurücknagelt und dann irgendwie sich rausschwingt. Ich glaube aber nicht, dass er dann nochmal ein neues Tageswochen kriegt. Da wird er eher hier unten irgendwo hin und her laufen dann. Das ist die Unterseite. Oberseite habt ihr von mir gehört. Geht ihr über 2.80 raus. Über 2.70 dann markant eben raus. Gehe ich davon aus, dass wir in die 3.30, 3.50 reingehen. Das ist Station 1 und Station 2 ist dann oben bei 4.35, 4.50. Und der Bonus wäre 5.50, aber für den Donnerstag zu viel. Wenn er sich zum Donnerstag gut hält und die Amerikaner am Nachmittag auch nur wieder zur Seite laufen, ohne den zu versenken, dann kann er sich zum Freitag die 5.50 holen. Das geht. Das funktioniert. So rum funktioniert das. Aber ich würde sagen, wir gucken erstmal hier auf die rote Linie. Die ist rot. Das ist die Blutlinie. Die Blutlinie im DAX. Da gucken wir mal genau hin und schauen erstmal, wie er überhaupt reinkommt. Ich glaube, das kann man das schon gut vorstellen. Aber wir gucken, wie er reinkommt und dann sind wir schlauer. Unten die 15.180, 15.100 wichtig. Oben 15.3 und 15.30, 15.350 und die 15.4.35. Mehr brauche ich hier nicht sagen. Gestern wurde noch per Kommentar gewünscht. Ich sollte da auch nochmal einen Tagesschart reingucken. Können wir machen. DAX ist auf die 200-Tage-Linie aufgesetzt. Mehrfach tagelang, vier Tage lang sich damit beschäftigt. Hat per Tagesschluss noch nicht so richtig unseren Trigger geschlossen, hat aber das erste Ziel schon erreicht. Vom ersten Ziel sollte er den Rücklauf einsetzen. Der sollte bis in den Bereich um hier 15.150 hochgehen. Das hat ein bisschen überpaced momentan, ist aber an sich noch in so einem Rücklauf. Das heißt, sollte er wieder umdrehen, kann er durchaus dann in die Route übergehen. Das darf man auch nicht vergessen. Das wäre dann nur, das ist nicht ungültig jetzt, nur weil der ein bisschen höher gekommen ist. Aber da sollte er auch jetzt nicht merklich viel, viel, viel weiter höher gehen. Also hier so Tagesschluss über 4.60, da ist er dann schon ein bisschen raus aus diesem Szenario. Ansonsten sind wir hier noch so ein bisschen in dieser Entscheidungszone. Unter 200-Tage-Linie wird es wieder schwächer. Bricht hier oben der Abwärtstrend, wird es positiver. Das heißt, es ist eine neutrale Zone, deswegen gucke ich da nicht rein. Das ist für mich jetzt eher erstmal egal. Gibt mir auch jetzt so nicht irgendwie, dass ich sagen würde, da muss er jetzt unbedingt long oder da muss er jetzt unbedingt short. Das ist für mich noch immer noch genau die gleiche Schiebescheiße, wie wir sie jetzt die ganzen letzten Wochen hatten. Interessant wird der mir auf Tagesebene und dann gehen wir auch wieder auf Tagesebene gucken, wenn der unter der 200-Tage-Linie verschwindet oder oben den Abwärtstrend zumacht. Und solange ab man hier auf der unteren Ebene, wenn wir eben auch damit rechnen müssen, dass er immer wieder hin und her läuft. So, das heißt, ich enthalte euch den nicht vor, weil, keine Ahnung, sich da irgendwas Geheimes verbirgt, was ihr nicht sehen dürft, sondern das ist halt für mich aktuell einfach uninteressant. Jut, dann soll es das soweit von mir heute sein, würde ich das Video hier zumachen. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen zum Donnerstag. Plan ein bisschen hin und her eine ist, das ist für einen Donnerstag relativ üblich. Und guck, da zieht es so. Es ist sehr, also punktmäßig, ne. Und die gestern genannten Marken auch in der Analyse, was ich nochmal vor Augen führe, das sind die 15,150, das war die 15,180, das war die 15,2,70. Der ist schon korrekt unterwegs, der Junge hier. Ja. Würde mich verwundern, wenn er da jetzt, wenn er da jetzt plötzlich ein, keine Ahnung, einen Flitz kriegt und sich gar nicht weiter dran hält. Also, okay. Wir haben aber über alles geschwunden. Kennt die Marken, brauche ich nicht wiederholen. Bis morgen. Tschüss.